Musik Heutzutage halten wir eigentlich alles auf Video fest. Im Urlaub haben wir unsere Actionkamera dabei und im Alltag filmen wir meistens mit dem Smartphone in der Hand. Das Ergebnis sind super schöne Aufnahmen, aber leider total verwackelt. Und das ändern wir. Mit LOOV revolutionieren wir die Art und Weise, wie wir Videos filmen, und zwar grundlegend. Unser erstes Produkt ist Solid LOOV, ein Kamerastativ, das es jedem ermöglicht, absolut wackelfreie, professionelle Aufnahmen zu realisieren. Mit Solid LOOV machen wir jeden zum Filmprofi. Das einzigartige Design ermöglicht eine Vielzahl an Features und die zum Patent angemeldete Technologie trennt die Bewegung des Körpers zur Kamera. Und durch das modulare Konzept ermöglichen wir es eben, dass man eine Actionkamera, ein Smartphone oder auch eine Kompaktkamera verwenden kann. Und mit diesem Konzept heben wir uns deutlich vom Rest des Marktes ab. Das Problem von verwackelten Videos betrifft eigentlich jeden. Sei es nun der Familienvater im Park mit seinem Kind, das verliebte Pärchen beim Erkunden einer neuen Stadt, der Journalist, der live vom Ort des Geschehens berichtet, oder der Immobilienmakler, der seine Immobilie schneller und attraktiver an den Kunden bringen will. Den Einsatzbereichen von Solid LOOV sind keine Grenzen gesetzt. Mit Kameras werden allein in Deutschland jährlich über eine Milliarde Euro umgesetzt. Dabei noch nicht mal betrachtet sind die Verkaufszahlen von Smartphones mit einem enormen Wachstum in den letzten Jahren. Mit jeder neuen Generation werden diese Immer-Dabei-Kameras technisch besser und hochauflösender. Statistiken belegen zudem, dass schon heute für jeden zweiten Smartphone-Kauf die Kameraqualität ein entscheidendes Kriterium ist. Seit der Gründung 2014 haben wir zwei erfolgreiche Crowdfunding-Kampagnen absolviert. Auf der einen Seite haben wir dadurch 63.000 Euro an Vorbestellungen eingesammelt und auf der anderen Seite einen extrem engagierten Kundenstamm aufgebaut. Das Interesse an LOOV ist riesengroß. So berichteten bereits nationale, internationale Magazine, Zeitschriften und TV-Shows über uns. Von mir kriegt das einen riesengroßen Daumen hoch. Auf jeden Fall. Ich bin echt beeindruckt. Zudem wurden wir auch mehrfach international ausgezeichnet. Zuletzt mit dem Innovation Award der CES, der weltweit größten Messe für Unterhaltungselektronik. Qualität ist für uns extrem wichtig. Und um diese auch für unsere Produkte zu garantieren, setzen wir auf eine Produktion in Deutschland. Wir arbeiten mit führenden Technologieunternehmen zusammen, zum Beispiel mit dem Weltmarktführer für polymere Kugellager IGUS. Auch im Vertrieb setzen wir auf starke Partner und konnten beispielsweise mit Conrad Electronics schon einen großen Händler von unseren Produkten überzeugen. Mit SolidLOOV haben wir die Basis für eine Produktpalette rund um das Thema wackelfreies Filmen geschaffen. Dank des modularen Ansatzes lässt sich SolidLOOV bereits heute um eine elektronische Stabilisierungseinheit erweitern. Aus SolidLOOV wird UltraLOOV, das weltweit erste 2x3-Achs-Schwebestativ. UltraLOOV ist das Maximum in Sachen Videostabilisierung und richtet sich im Speziellen an eine professionelle Zielgruppe. Zukünftig werden wir auch Lösungen für schwerere Spielreflexkameras und 360-Grad-Kameras anbieten und wir werden in den Markt der Virtual Reality-Aufnahmen einsteigen. Warum ist also jetzt der beste Zeitpunkt, um in LOOV zu investieren? Wir haben ein innovatives und mehrfach ausgezeichnetes Produkt, wir stehen kurz vor der Markteinführung und wir arbeiten mit einem skalierbaren Geschäftsmodell in einem Markt mit einem enormen Wachstumspotenzial. Das über Companisto eingesammelte Kapital investieren wir in die Entwicklung der Folgeprodukte sowie in die Bereiche Marketing und Vertrieb. Deshalb unterstützt uns jetzt! Die Jungs sind top motiviert, junge, spitzen Fachkräfte, die genau wissen, was sie tun. Wer schon mal den Prototyp gesehen hat, der weiß, das ist wirklich sehr gute Qualität und das Ding wird einfach noch von sich hören lassen.